Der muss ja hier irgendwo close sein, jetzt. Oh, die Zone kommt ja schon, Mist. Der ist hier gestorben durch Fall, oder? Der hat aber auch nicht mehr wirklich viel. Vorne ist jemand. Ah, da haben Heubeinen, glaube ich. Oh, Mist, oh, Mist. Okay, dann nehme ich hier diese tolle Ridge, um reinzulaufen. Kleine ist die Zone, hm. Hat er keinen Helm, deswegen habe ich jetzt einfach geschossen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Trink, 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 trink. Hier links, also direkt vor mir muss noch irgendwo einer sein. Okay, hier ist er. Wow, wie kann er mich hier sehen? Der hat zwölf Boosts, der Typ. Krass. Wow! Diese Nate. Ich glaube, ich muss mich erst mal um den anderen Typen hier kümmern. Ach, da ist er. Der ist da, der Typ? Wieso hat er mich nicht gekillt? Lol. Was ist das denn für ein Typ? Ne, geht der mal daneben. Der hat die Großer. Ja, super. Und jetzt? Ich habe keine Zeit mehr für die Großer. Mano! Wir die Großer haben. Aber ich habe noch 6 Sekunden und ich bin an der... Ah ne, wobei es geht, aber dennoch. Alles klar, Rico. Hey. Danke. Bomba-Man! Bomba-Man! Okay, die erste Nade hat getroffen. Ich hätte gar nicht so viele Nades werfen müssen. Oh Mann. Ich bin sogar hier in der Zone drin. So, hier werde ich erst mal bleiben. Das ist der First Person. Hallo, Knife-Party. Hey. Hey. Warum können 40% aller verheirateten Männer nach einem Geschlechtsverkehr nicht gleich einschlafen? 40%? Was? Tut mir leid, da kenne ich mich bei dem Thema nicht aus. Oh! Self-Roast. Wette, da ist irgendjemand in einem Haus drin. Man ist halt einfach wahrscheinlich, ne? Bin ich ja eigentlich noch in der Zone? Ne, bin ich nicht, leider. Schade. Weil sie erst noch nach Hause kommen müssen. Warte jetzt einfach hier erst mal. Und hoffe, dass ich irgendwie vielleicht doch drin bin. Irgendwie. So ein ganz geiles bisschen. Das ist schon cool. Ach, Mann. Ja gut, hier bin ich drin. So. Ja. Ich sehe zwar nicht viel, aber dafür bin ich auch gut gedeckt. Hoffe ich mal. Oh, ich darf komplett einmal rüber. Sehr gut. Ich glaube, ich gehe dann über die linke Seite hier. Einfach so ein bisschen zirkeln. Links habe ich wenigstens Deckung noch. Rechts eher weniger. Eine Minute habe ich Zeit. Also ich muss gar nicht hetzen. Ja. Olke, Amor, Kidneybone, Niklas, Kürkchen. Danke euch fürs Folgen. Und wollen. Ob ich hier vielleicht noch irgendjemanden sehe? Ne, okay. Dann. Let's go. Ich habe keine Stamina. Da oben am Stein ist jemand. Dann müsste das ja eigentlich clean sein, oder? Hoffe ich mal. Okay. Das war halt ein bisschen... Lass uns einfach nicht drüber reden. schon Bomberman, Bomberman. Ich vertraue nicht, Bomberman. Bomberman. Died from falling. Bumblebee. Sorry, Bomberbee, aber... Der Bomberman hat ich wohl rausgehauen. Oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop and that's what's bothering me.